So, hallo zusammen, der neue Monat und wir haben die rote Brandmutsbox, kommen ja immer zwei, einmal die normale und einmal die Gutmutsbox, das ist also jetzt die normale, immer zum Monatsanfang und dann schauen wir mal was drin ist. So, Magazin ist das gleiche wie bei den letzten Mal, die Übersicht, was dabei ist, Haipoteinpasta aus der Höhle der Löwen mit Grillenmehl, naja, das muss ich nicht essen, Sesamcracker, Maiserbsenflips, was haben wir hier, Suppenpause, Pilz, Champignon, naja, macht der nur Pilz oder Champignon, oder beides, man weiß es nicht, nochmals Suppenpause, grüne Welle, Erbsen, Karotten, Lauch und feine Kräuter, ja, Karotten sind nicht grün, aber egal, Beauty's, Beauty's, Süße Kronen, vegan, Eistee Pfirsich, Minutenbrot, Gojibeeren, Haselnuss, Chia, Wurzel in der Tasse, drei Minuten in der Mikrowelle, naja, hat der Brot nichts getan, aber egal, da haben wir zwei, Amaranth und Leinsamen, Crunchy Muesli, Zartbitterschokolade und Haselnuss, eine Flasche, Campo Viejo Rioja, Crispy Hafer Geek, Hagebutte Cranberry, da haben wir noch ein Fläschchen, Apfel Cider, fünf Prozent, Pink Lady, ja, und das war's, den Gesamtwert, den stelle ich euch wieder unten rein, bis zur nächsten Box. Bad Rettungsgang Wurzel